Da sind wir wieder mit dem Jahresrückblick 2012 hier bei Family TV und kommen zum letzten spannenden Teil. Aber vorher wollen wir natürlich wieder einen kleinen musikalischen Exkurs machen. Sebastian Niklaus ist nämlich immer noch bei uns im Studio, hat die Gitarre ein wenig verkleinert und wird jetzt einen lustigen Titel mit dem Namen Elektroingenieur präsentieren. Viel Spaß damit. Du fragst mich, wie ich dazu kam und ich sage, das war so. Von einem auf den anderen Tage, Status quo. Wo keine Informatik, auch keine Physik, auf Sensorsysteme greif ich nicht zurück. Alles, was erforderlich ist, das ist mein beste Stück, nämlich die Gitarre und ein bisschen Glück. Denn ich bin nur ein singender Elektroingenieur. 50 Hertz reichen mir nicht mehr. Ich will schreiben, Lieder singen, will die Luft zum Klingen bringen. Das alles und noch viel mehr als singender Elektroingenieur. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Siehst du mich auf der Straße, auf einer Wiese oder am Strand? Hab ich in allermeisten Fällen eine Gitarre in der Hand. Ich sing euch dann ein Liedchen, doch ohne, dass ihr's wollt. Doch das passiert recht selten und ich weiß, dass ihr nicht krollt. Ich bin nur ein singender Elektroingenieur. 50 Hertz reichen mir nicht mehr. Ich will schreiben, Lieder singen, will die Luft zum Klingen bringen. Das alles und noch viel mehr als singender Elektroingenieur. Ja, integral ist mir egal, auch Spannung hab ich auch. Technische Mechanik hab ich lang nicht mehr gebraucht. Statt ins Labor geht's auf die Bühne. Meine Baustelle ist der Song. Und wenn er euch gefällt, dann malt mir bitte ein Diplom. Denn ich bin nur ein singender Elektroingenieur. 50 Hertz reichen mir nicht mehr. Ich will schreiben, Lieder singen, will die Luft zum Klingen bringen. Das alles und noch viel mehr als singender Elektroingenieur. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. L-L-L-L-Elektroingenieur. Dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Das rechne ich dem Elektroingenieur. Vielen Dank, Sebastian Niklaus, dem Elektroingenieur. Und alles Weitere auf Sebastian-Niklaus.com. Oder ab Februar, richtig, Sebastian, gibt es dein Album Ich denke Musik auch im Handel und natürlich auch in allen bekannten Online-Portalen. . Aufbauen.